Hi, 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 meine Träumchen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr hört, es ist mal wieder mit Voice Over. Mein Mikro ging leider nicht, das ist jetzt schon das zweite Mal, das ist bei dieser Art von Video. Also dieses Bio-W, ich werde zu XY, nicht geht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich hoffe, beim nächsten Mal geht's dann, weil aller guten Dinge sind ja drei. Aber ich hoffe, beim nächsten Video dieser Reihe geht's dann endlich wieder. Und wie ihr wahrscheinlich nicht so gut gesehen habt, aber ich habe mir für dieses Video schon mal extra pinkes T-Shirt angezogen. So ein bisschen im Barbie-Vibe. Es ist für mich jetzt ein bisschen schwierig, euch alles erzählen zu können, was ich in dem Video gesagt habe. Weil das ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich das gedreht habe. Aber ich gebe mein Bestes. Also ich habe mir da zuerst die Brille runtergemacht. Das ist ja natürlich klar für Make-up und so, dass die Brille da stört. Da fange ich jetzt an, Foundation aufzutragen. Wieder mit diesem tollen pinken Schwamm. Und ich finde den echt super, beziehungsweise Beauty-Blender. Den habe ich mal in einem Tauschpaket von der LIMA aus mir mit Leonie bekommen. Und ich wünschte echt, ich hätte vorher gewusst, dass es solche Beauty-Blender gibt. Der ist so, so praktisch. Damit kann man so, so gut die Foundation verteilen. Mega, mega nice. Ich habe mich so gefreut, dass sie mir sowas geschenkt hat, weil ich nicht mal wusste, dass es existiert. Also solche Geschenke sind echt die besten. Ich weiß nicht ganz, wie ihre Foundation so auftragen. Wahrscheinlich war es falsch, das zuerst auf den Schwamm zu machen. Man kann es ja auch zuerst aufs Gesicht machen. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass die Foundation auch runterläuft. Dann ist es immer ein bisschen schwierig, mich nur mit meiner in die Kamera zu schminken. Ich habe da auch nicht so viel Bewegungsfreiraum. Das ist, wenn es runterlaufen würde, dass ich da sofort reagieren kann, weil mein Mikro steht vor mir. Alles andere steht auch vor mir. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber ihr seht, die Foundation hat, das Foundation auftragen hat ganz gut geklappt. Ich mag Foundation auch eigentlich, weil das überdeckt halt immer so schön Pickel und Unreinheiten. Da fühlen mich auch ein bisschen wohler mit, weil ich habe ja auch viele, ja auch sehr viele Muttermaler und Leberflecken. Und das überdeckt es dann auch immer ganz gut. Gut, beziehungsweise ja, nicht jeder Leberfleck, ich habe auch ein paar sehr hartnäckige, die kriege ich auch nicht mit Concealer weg. Deswegen gebe ich mir dann da auch gleich beim Concealer nicht so viel Mühe, die zu verdecken. Es geht halt einfach nicht so gut. Und by the way, fragt mir doch gerne an, wenn ihr das jetzt gerade gesehen habt mit dem Follow-Ding. Gut, jetzt kommen wir zum Concealer. Also wenn euch das Video gefällt natürlich, den verteile ich ein bisschen unter den Augen. Ich habe mal letztens gehört, dass man diesen Strich nach unten, den ich gemacht habe, irgendwie gar nicht machen braucht oder machen muss. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das gehört habe. War eigentlich so ein Beauty-Hack, aber ich weiß auch nicht mehr wofür. Aber der blaue Schwarm ist übrigens auch von der Leonie und den finde ich einfach super. Der ist so, so nah hier. Der ist halt so schön klein, damit kann man das auch so gut verteilen. Ich habe eigentlich seit langem nicht mehr meinen eigenen Beauty-Blender benutzt. Ich benutze noch die, die ich geschenkt bekommen habe, weil die einfach so praktisch sind. Das lässt sich echt sehr, sehr gut verblenden. Ich weiß, ich sehe noch irgendwie bis hier ein Zweil aus und am Auge das ist noch nicht so perfekt. Irgendwie habe ich es aber an dem Tag auch irgendwie einfach echt nicht gut hingekriegt. Ich finde es aber auch irgendwie sehr, sehr schwierig, mich mit der Kamera zu schminken. Ich habe leider keinen Platz, dass ich da noch einen kleinen Spiegel aufstellen könnte. Deswegen sehe ich mich nur an der Kamera. Ich habe dann später in dem Video auch ein bisschen Probleme, weil mein linkes Auge, also das, was für euch da gerade rechts ist, das ist ja Spiegelverkehrt und mein linkes Auge ist noch ein bisschen besser als mein rechtes Auge. Und wenn ich dann irgendwann mal mein linkes Auge halt zumache, um mir da die Schatten aufzutragen oder so, dann sehe ich halt mich in der Kamera ein bisschen schlechter, als wenn ich das rechte Auge zumache, weil mein linkes Auge ein bisschen besser ist, als mein rechtes. Also falls ihr versteht, also, ne? Weil wenn ich das linke Auge zumachen muss, muss ich ja mit dem rechten gucken und das sei schlechter. Aber wer versteht, wie ich das meine? Ich finde es ja mal krass, wie lange das dauert, Foundation und Concealer aufzutragen. Das sind schon fünf Minuten im Video und das ist das Einzige, was ich geschafft habe. Gut, ich labere auch ein bisschen nebenbei. Aber meine Mama hat mir mal den Tip gegeben. Ich habe es schon richtig oft erwähnt, aber meine Mama hat mir den Tip gegeben. Mit diesem weißen Concealer unter die Augen. Damit soll man irgendwie wacher ausschauen. Und da fährt man halt einmal zuerst normal drüber, aber gar noch mit so einem Q-Typ über diese Stelle fahren und dann erst mit der Farbe. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht ist da zuerst noch Flüssigkeit drauf und dann nimmt es die weiße Farbe nicht so gut auf. Ich weiß es nicht genau. Aber das macht man jetzt eben an beiden Augen natürlich. Da hatte ich jetzt ein bisschen Struggle, da gut hinzukommen. Deswegen habe ich mich dann entschieden, das auf der anderen Seite zu versuchen. Ich bin ja auch rechtsan, aber ich finde es irgendwie trotzdem schwierig, das so mit meinen Rechnern zu koordinieren, dass ich da gut an mein linkes Auge hinkomme. Also auch nicht, aber ich bin ja im Make-Up auch nicht so gebläht. Das liegt so ein bisschen daran, dass mir das dann einfach schwerer fällt. Jetzt machen wir das Augenbaugel. Das habe ich auch geschenkt bekommen, auch in einem Tauschpaket. Ich muss sagen, ich bin jetzt richtiger Fan von Tauschpaketen. Man kriegt so, so coole Sachen geschenkt. Den habe ich von der lieben Nadie geschenkt bekommen. Das ist ein Lash & Brow Gel. Weil das kann man halt so, ja, auf die Augenbrauen auftragen. Den wollte ich mir eigentlich auch kaufen. Da habe ich mir gedacht, nee, zwei, drei Euro. Das war irgendwie zu teuer für so einen Stift. Weil ich glaube, der hat früher vielleicht mal eine Euro gekostet. Und jetzt mit Inflation doppelt so teuer. Da habe ich mir gedacht, nee, gefällt mir nicht. Und dann hat sie den mir einfach geschenkt. Das war wirklich genau der Stift, den ich wollte. Hab den gesehen, habe mir gedacht, kannst du Gedanken lesen? So, wow, genau das, was ich wollte, hat sie mir einfach geschenkt. Und ich glaube, so einen krassen Unterschied macht es nicht für meine Augenbrauen. Die sind halt sehr buschig. Ich weiß, manche stören meine Augenbrauen. Eine Freundin von mir hat mir auch mal gesagt, oh komm, lass mich doch mal deine Augenbrauen zupfen. Aber ich kann damit leben. Es gibt ja auch manche Stars und Models, die haben richtig buschige Augenbrauen. So weit ist es ja bei mir jetzt noch nicht. Und mich selbst setzt es irgendwie nicht so. Die sind halt ein bisschen buschiger als der Durchschnitt. Im Tauschpaket waren übrigens auch noch ein Lipgloss und Eyeliner drin zum Schminken. Richtig, richtig nice. Den habe ich da jetzt auch gerade nah an, das ist der Lipgloss, den ich geschenkt bekommen habe. Ich habe mir da vor ein paar Tutorials angeschaut. Sicher hat Leute zu Barbie schminken, aber da gab es nicht so krassen, einheitlichen, ja, einen einheitlichen Look. Und dann haben Leute ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme einfach was pink-rosa-farbenes. Da fand ich den Lipgloss dann eigentlich ganz passend. Ich habe auch nicht so krass viel Make-up da. Und da war das irgendwie noch das Passendere. Wir haben ja zuerst diesen hellen Stift gerade drauf gemacht, wenn ihr gesehen habt, den rosa- und Stift ist auch ein bisschen so ein Pflegestift. Und der macht auch schon mal ein bisschen pinker Farbe. Und jetzt drehe ich noch das auf, was ich geschenkt bekommen habe. Und ja, sieht jetzt nicht mega krass aus, aber ich versuche halt auch immer bei diesen Videos das Beste zu machen mit dem, was ich da habe. Und mega cool, dass ich den Lipgloss geschenkt bekommen habe. Ich habe ja selber schon so einen pinken Lippenstift, der ist eher so rosa und ich ihn geschenkt bekommen habe, weil ich halt sowas auch schon benutze. Ich hoffe, ihr hört meinen Magen nicht. Das kann gerade nicht schön. Ich weiß auch nicht, manchmal, wenn ich gegessen habe, denkt sich mein Magen so eine Stunde später, ja und was gibt es jetzt zu essen? Weil ich dem dann halt auch sagen muss, guck mal, wir haben noch gerade gegessen. Wie kommst du drauf, jetzt noch ein Rest zu holen? Aber ich habe noch eine Aprikose geschenkt vor dem Video, weil ich jetzt wusste, ich muss mir jetzt 20 Minuten, ich darf jetzt 20 Minuten hinsetzen und nochmal hier so ein Audio machen, dass ich da nicht dann, ja, hungrig werde, was kriege. Und da seht ihr, da mache ich jetzt gerade meine Wimpern, wie gehe ich bisher nicht, weiß eigentlich gar nicht, wie lange man das machen muss. Ich wollte es immer googeln. Ich denke mir immer, wenn ich dieses Videos drehe, ja, das googelst du danach, aber mal, dann vergesse ich das, also, falls ihr das wisst, wie lange man die Wimpern damit biegen soll. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hört jetzt echt meinen Magen nicht zu sehr. Wow, ich rede einfach mehr, dann hört man das vielleicht nicht so. Und, ja, ich weiß nicht, bei mir sieht man da vielleicht nicht so den krassen Unterschied, wenn ich mir die Wimpern biege, vielleicht mal ist es auch einfach falsch. Ich habe halt nicht so große Wimpern. Aber ich habe halt gesehen, Leute, die diesem Barbie-Look nachgemacht haben, die haben schon alle auf krassere Wimpern gesetzt. Deswegen wollte ich jetzt auch ein bisschen krassere Wimpern machen. Und das Coole ist, ich habe ja erzählt, ich habe auch ein Mascara geschenkt bekommen, genau. Und den benutze ich dann auch noch. Und, oh mein Gott, ihr seht es hoffentlich dann gleich selber, wie krass dieser Mascara einfach war. Und ich kann auch sagen, ich finde es immer so unangenehm mit der Wimpernzange. Mein Auge will dann immer so ein klein bisschen zucken. Irgendwie das sind immer so lange 20 Sekunden, wie wenn man im Sport und euch irgendwie Push-Hups oder so tun muss. Genau, das ist jetzt der, ähm, Aber ich vergesse mal, das wollte Mascara, ich will schon Highliner sagen. Das ist ja ein Mascara, den ich geschenkt bekommen habe. Ich finde, der macht mal echt krass lange Wimpern. Und ich fand den auch so praktisch, weil mein alter Mascara, den habe ich halt immer an Videos benutzt und so. Dadurch stand der lange offen, ist halt schon voll ausgetrocknet. Ich nehme den halt noch weiterhin, um euch zu schminken. Weil es wäre jetzt, ja, ein bisschen Verschwendung, wenn der nächste auch antrocknen würde. War jetzt, ähm, dafür kann ich den halt jetzt für mich selber benutzen. Und ich finde, das macht echt krasse, lange Wimpern. Also ich habe voll den Unterschiede nicht gesehen. Das hatte ich, glaube ich, bei meiner alten Mascara nicht. Also wie gesagt, ich bin so richtig der Fan von Tausch-Bagettens, so coole Sachen. Mein Make-up ist ja zum Beispiel nicht so um mein Fachgebiet. Und dann freue ich mich auch einfach, wenn mir andere Leute da Sachen schenken, von denen ich vielleicht gar nicht wusste, oder dass ich sie brauche, oder die halt einfach passend sind, so. Das ist halt einfach super praktisch. Also mega, mega cool. Motiviert mich vielleicht auch ein bisschen mehr, mich mal öfter zu schminken. Bei, I don't know, Mako. Also ich habe halt meistens einfach nicht so die Lust, mich zu schminken. Das dauert halt so lang, da muss man sich immer abschminken. Und ich habe natürlich auch keine coolen Produkte früher gehabt. Und jetzt habe ich natürlich bei coolen Produkten geschenkt bekommen. Sehr, sehr nice. Achso, ja. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Ich habe mir doch gerade voll ins Auge reingestohren. Ich habe da mal so Probleme, an die äußeren Reihenheiten zu kommen. Ich hatte schon Angst, dass man das so schwarz sieht im Auge, aber war zum Glück nicht. Früher, wenn ich Mascara aufgetragen habe, hatte ich auch mal so, ich weiß nicht, so kleine schwarze Wehen im Auge, die man dann so ein bisschen rausziehen konnte. Ja, mache ich ja zum Glück nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die irgendwas geändert haben oder ob es in mir lag. Okay, war ein bisschen satt, dass wir eigentlich die rausziehen, aber ich glaube, es ist nicht so gut fürs Auge. Es war dann einfach so am unteren Rand, da hat sich dann so eine kleine schwarze Linie voll mit Mascara zurückgebildet. Und da, ja, da ist ein bisschen dunkel geworden, als ich dann so das Auge zusammengekniffen habe, habe ich das aus Versehen ein bisschen unter das Auge verteilt, die Mascara. Das versuche ich jetzt ein bisschen zu überdecken mit dem Concealer, weil der ist halt auch wasserfest, der Mascara. Es wäre jetzt nicht easy mit Wasser abgegangen, deswegen nehme ich das einfach ein bisschen Concealer. So war ich ein bisschen faul, das war die einfacher Art, als jetzt nochmal das abzuschminken. Ich denke, es geht auch. Ich sehe heute jetzt wieder unter dem Auge super und natürlich hell aus. Aber, ja, schwierig manchmal. Aber da sind wir eigentlich jetzt schon relativ weit. Augenbrauen sind ja schon gemacht, Lippen auch schon, Foundation Concealer schon aufgetragen, Wimpern jetzt auch gleich. Ich habe mir schon diesen Heldstift unter die Augen aufgetragen, den Eyeliner. und einen Lidstrich genau habe ich mal aufgetragen. Und einen Eyeliner möchte ich nicht ziehen, weil ich habe bei den Barbie Looks nicht so viele Leute gesehen, die sich da an Eyeliner gezogen haben. Deswegen habe ich darauf verzichtet, mir einen Eyeliner zu ziehen. Genau, da muss ich jetzt ein bisschen meine Wimpern nachschminken, nachdem ich da den Hellconcealer drauf gemacht habe. Sorry, weil sie manchmal mit den Make-Up-Begriffen durcheinander kommen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Irgendwie verwechsel ich gerne Eyeliner und Lidstrich und Lidschatten irgendwie. Ich weiß gar nicht, das Lidstrich und Lidstrich und Mosche durcheinander. Kajal meine ich genau. Aber ich glaube, das hat noch ein Aneinander. So, ich glaube, ich weiß nicht genau, was jetzt kommt. Ich lasse mich jetzt auch gerade überraschen. Wir haben wahrscheinlich irgendwas für auf die Augen. Oder Blush. Also für beide. Ah, genau. Ja, ich habe so eine rosafarbene Palette. Ich weiß nicht, ob ich die gezeigt habe. Ja, ich habe jetzt zuerst eine Hintun genommen. Also mein Ziel wäre es eigentlich, das so richtig krass zu verblenden. Ich habe da Leute gesehen, die haben sowas mega, mega schön verblendet. Allerdings weiß ich auch nicht ganz genau, wie die das so gut machen. Und dann habe ich jetzt einfach versucht, das ein bisschen irgendwie mal zu versuchen. Und da erkläre ich gerade das Problem, dass wenn ich halt jetzt zum Beispiel hier mein rechtes Auge zumalte, dann schaue ich ja mit dem linken. Das ist halt noch ein bisschen besser, als wenn es andersrum ist, als wenn ich das linke Auge zumalte, um mein linkes Auge halt zu schminken und dann mit dem rechten gucke. Mein rechtes Auge ist halt einfach ein bisschen schlechter. Ich habe links irgendwie 2,25 oder so und rechts 2,7 oder so. Das macht halt dann doch schon einen kleinen Unterschied. Also Minus habe ich auf beiden. Das heißt, ich bin kurzsichtig. Ich kann halt in die Kürze gut sehen und in die Ferne halt schlechter. Aber je kurzsichtiger ihr werdet, desto geringer ist der Abstand in die Ferne, in die ihr schauen könnt. Also ne, zum Beispiel, wenn ihr halt nur einen Dioptrien- Minus habt, sagen wir dann könnt ihr halt keine Ahnung, nur 10 Meter weit sehen. Und wenn ihr dann Minus 2 habt, sind es halt nur noch 8 oder so. Ey, jetzt mal als schlechter Vergleich. Und ich bin es halt auch so gewohnt mit der Brille, weil ich glaube, mit Brille hat man ja über 100% Sehkraft. Und das ist halt alles sowieso immer richtig, richtig scharf. Und wenn ich die dann absetze, ist halt auch schon mal ein bisschen verschwommen. Aber ich glaube, die Brille gibt einem immer noch mal ein besseres Sichtbild, Sehvermögen, ja. Und da habe ich ein bisschen über den Rand hinausgemalt. Das machen wir jetzt natürlich noch weg. Damit der Look auch gut ausschauen kann. Ja, vorzeigbar. Da sagt mir, passabel ausschauen kann. Das passiert mir irgendwie auch richtig oft, dass ich da, wenn ich mich vor der Kamera schmink, dann so drüber hinauskomme, weil ich das nicht so gut sehe und dann irgendwie mit der Hand eigentlich so einen Platz. Okay, passiert mir auch so manchmal, aber nicht so krass wie beim Videodrehen. Ich habe da noch ein bisschen dunklere Farbe genommen, weil man die alle halt so schlecht gesehen hat. Ich hatte extra, oder was heißt extra, ich habe mir für meine Twilight Schmink-Videos halt mal so eine Farbpalette gekauft mit dunkleren Ton. Da sind aber so alle Pinktöne vorbei. Ich glaube, Rose oder so heißt diese Palette. ich weiß gerade nicht von welcher Marke die ist vielleicht wahrscheinlich Essence. Und da waren halt eben auch diese rosa Töne dabei. Das war jetzt echt super praktisch. Ich glaube, vielleicht habe ich die auch mit von meinen Wednesday-Videos gekauft, weil da halt eben auch so dunklere Töne drin sind. Das ist halt so eine, ja, vielleicht sogar komische Mischung aus etwas dünkleren Tönen und dann noch den helleren Tönen. Dann mache ich jetzt die überschüssigen Hände weg. Jetzt habe ich mir echt sehr, sehr hell aus im Gesicht mit der Foundation. Ich hätte eigentlich auch gerne ein bisschen Contouring betrieben. Ich habe mir da mal so ein Concealer in der dunklen Farbe gekauft, weil ich höre, dann kann man halt auch Contouring machen, weil ich habe ja dann in der helleren Farbe und dann, ich meine, in der dunklen Farbe gekauft, aber es war genau dieser Ton von Essence, der dann zurückgerufen wurde. Und dann habe ich keinen mehr gefunden, der da irgendwie so gut meine Auton gemischt hatte. Ich glaube, ich hatte den kurz, ich lasse gar nicht ausprobiert, weil der wurde irgendwie zwei, drei Tage nach meinem Kauf direkt zurückgezogen. Und da mache ich mir jetzt gerade ein Glas drauf, weil Barbie hat ja, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, so am an. Ich finde es echt krass, welches Budget für den Barbie-Film drauf ging, wusste dir das 100 Millionen Budget einfach fürs Marketing. Richtig, richtig krass, die Margot Ravi hat auch zu jedem Event oder jeder Skala vom Film irgendwie auch einen anderen krassen Look an und es da anders krass geschminkt, glaube ich. Oder Make-up, weiß ich nicht, aber ich denke auch. Richtig, richtig krass, ihr könnt auch gerne mal kommentieren, ob ihr den Barbie-Film schon gesehen habt. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich weiß noch nicht, ob ich den sehen werde, aber ich bin natürlich schon so, also ich weiß halt nicht, was ich von dem Film erwarten kann, aber ich bin, also nicht, dass das so mega der Kinder-Film ist, das wäre jetzt nichts für mich, aber ich habe als Kind gern mit Barbie gespielt und ich finde es auch schön, dass Barbie jetzt wieder so krass viel Aufmerksamkeit bekommt. Es ist eigentlich voll schön, dass auch die neuere Generation da so viel mit Barbie in Kontakt kommt. Ich weiß nicht, ob die sonst auch so viel mit Barbie gespielt haben. Deswegen, ja, finde ich das ganz schön und ich fand es auch witzig, mal so eine Look zu schminken. Ich überlege auch schon immer, als wenig mich als nix zu schminken kann und da fand ich jetzt mit dem Barbie-Film fand ich, wäre es eine gute Idee, mich auch mal ein bisschen versuchen, wie Barbie zu schminken. Ich habe euch gerade noch Videos empfohlen, ich glaube, ich habe, ich verlinke euch das Video, wie ich zu Maddie werde und noch das Video, wie ich mich zu Wednesday schmink, genau. Macht's gut, bye!